hallo alle zusammen heute möchte ich dir zeigen wie du die ganze winter frühlingszwiebeln haben kannst dafür nimmst du einfach zwiebeln schneidest du von die beiden seiten so wie ich das im video zeige ins wasser rein ungefähr für eine woche auf den fensterbank in dieser zeit bekommt zwiebel seine wurzel das sieht man gleich im video wie das aussieht diese zwiebel tun wir hier in die erde rein und gießen mit wasser stellen wieder auf den fensterbank für circa zwei wochen und unsere frühlingszwiebel oder grün zwiebel ins fertig hat dir mein video gefallen dann folge mir und gib mir ein herzchen dankeschön tschüss